Herzlich willkommen zu einem neuen Video für meine D-Sign-Wir-Zange-Call-For-The-Black-House-Code-Wa-Kollater- Ko-Kollateral 24-7 Falls ihr euch fragt, warum ich so rede, mein Weichheitszahlen kommt raus und es muss durchbrechen und es tut halt höllisch weh Intro ab Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, wie Spaß mit dem Video Ich könnte auch normal reden, aber da muss ich mich anstrengen und es tut zu sehr weh Deswegen rede ich lieber so, ich hoffe das stört euch nicht So, allererst holen wir unser Gratis-Bundle ab Wo finde ich das Gratis-Bundle? Das ist bestimmt ein richtig geile... Hallo? Ah, Spiel ist gefreezt, perfekt Ja, Shop ist kurz gefreezt, dann muss ich nochmal zurückgehen Wo ist das Gratis-Bundle? Activision ist immer sehr großzügig, wir bekommen Eine Visitenkarte und 15... Ich dachte nicht, dass wir lachen, es wird auch weh 15 Minuten doppelte Waffen XP Ah, fuck Okay, Leute, wir werden heute snipen, denn es gibt ja diese Map Collateral, die kennen wir schon Aber, diese Map wurde ein bisschen cooler, gibt es glaube ich A, B, C, D und F lang Und das bockt sich snipen richtig Und ich will ein bisschen... Ah, das tut weh Ich will irgendwie besser werden mit snipen, deswegen zocken wir es mit der Snipe Ich habe mir eine kleine Waffe erstellt, jetzt auch ein bisschen auf serious Weil irgendwie bockt sich nicht, wenn ich immer nur so eine Scheißwaffe spiele So sieht die aus, könnt ihr gerne... Oh mein Gott, man versteht mich schlecht und jetzt beginnt auch der Nachbar zu bohren Oh mein Gott, das hat wir getan, fuck Okay, also wie gesagt, Sniper, Collateral 27, let's go Ich hoffe, man versteht mich gut, nicht, dass ich Untertitel einbauen muss Weil ich, ich, ich würde das gerne machen Aber das Problem, ich kann kein Deutsch Das heißt, die Untertitel werden noch schlechter zu lesen sein, als mich zu verstehen War das ein deutscher Satz? Okay, Leute, wir haben... Okay, ich bin ein bisschen... Okay, also... Hier gibt es auch Fahrzeuge, fahren wir mal Ja, aua, geil Wirklich, ich liebe Call of Duty und Playstation 4 Ich liebe die PS4 Wer braucht eine PS5, wenn es eine PS4 gibt? Oh, baby, let's go Also wie gesagt, ich bin gerade nicht eingespielt Ich sage jedes Mal, dass ich mich einspiele, bevor ich aufnehme Aber das bin ich nie und, ähm, ja, deswegen passiert dann sowas Also wie gesagt, ich will das Sniper ein bisschen ernster nehmen Deswegen versuche ich jetzt irgendwie besser zu werden Ihr könnt mir gerne Tipps schreiben in die Kommentare Ich hoffe, ihr werdet euch das Video anschauen, obwohl ich zu scheiße rede Ich weiß nicht, ist das richtig besser als sonst? Das fühlt sich echt komisch an, dass man hier noch weiter... Oh mein Gott, da gibt es einfach eine komplett neue Stadt Was ist ein Momentum? Dreimal, was, was, was bringt uns das? Aber ist eigentlich egal, ob ich den Modus checke oder nicht Ich spiele einfach jeden Modus so, dass ich einfach nur viele Kills machen will Von denen man passt Oh, oh mein Gott Ich habe mein Kinn ein bisschen zu viel bewegt, das hat ein bisschen weh getan Let's go Also wie gesagt, die Sniper habe ich... Ich glaube, ich bin eine gute Sniper Oh mein Gott, ich muss gleich niesen Aber es wird, glaube ich, weh tun, wenn ich nieße Nein, ich muss gleich... Oh mein Gott, ich muss niesen Ich muss niesen Au Bam Bam Oh nein, Bruder Oh mein Gott Ey, du Kek... Oh, ja, gut Äh, das lag daran, dass ich, ähm, dass ich Zahnschmerzen hab Ich muss schon sagen, Snipen bockt sich schon generell, wenn man's halt kann Problem ist halt, wenn man immer nur um diese Close-Range-Maps spielt, dann wird man nie besser im Snipen Aber nur auf die Fresse kriegt Aber solche Modi sind halt perfekt, damit man besser Snipen lernt Okay, Leute, wir fahren jetzt mal ein bisschen hier, äh, Gas Hupen Lenken Schacht... Schlacht-Lieder an, aus Welches Lied? Uh, Achtung, das sind welche, das sind welche? Du, was? Oh mein Gott, Quickscope am Arsch Okay, Secondary for the win, let's go Okay, ganz ruhig Wir sind jetzt ein bisschen Close-Range hier Wir müssen jetzt vorsichtig sein Wer hat mich abgeweilert? Wer wagt jetzt mich anzugreifen? Wer? Da, da Oh, Baby, let's go Wie gesagt, Snipen bockt sich schon krass Also, wenn man wirklich Snipen gut kann Es gibt nichts Geileres als Snipen in einem Call of Duty Okay, ich hab keine Ahnung, was dieses Momentum Zweimal, was grün und was orange Ich hab echt keine Ahnung gerade Ich versuche einfach nur ein paar Kills zu machen Weil das macht gerade irgendwie am meisten Spaß Da, da ist einer Easy Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott Halt dich, halt dich, bro, halt dich Wir waren alle hinter uns, oder? Oh mein Gott, let's go Let's go Digga, ich bringe das beste Sniperspiel der Welt Ich sag's euch, Leute Noch zweimal Runden Noch zweimal Spielen Ich kann Snipen Digga, hier wird Helikopter geflungen Motorrad gefahren Ist das noch ein Battlefield, oder was? Was ein Spaß Komm, Motorrad rein, rein da Komm Ich fahre jetzt mal oben in den Spawn rein Oh mein Gott, das ist eklig zu steuern Oh Gott, oh Gott Das ist nicht die Warzone-Steuerung Fuck, fuck Hier oben rechts Komm, komm, komm Oh, da ist einer, da ist einer Da ist einer Okay, komm, wir müssen noch ein paar Sniper-Kills machen Oh, babe Wirklich, ich liebe Sniper über alles Ich weiß nicht, wie oft ich das schon in diesem Video gesagt habe Ich liebe Sniper über alles Ja, okay, ganz ehrlich Welcher Idiot legt sich hin und bewegt sich nicht, wenn man gegen einen Gewinnen wir gerade, da steht 4-1 Ich glaube, wir müssen die Flaggen nicht für immer einnehmen, sondern einfach nur für eine bestimmte Zeit Kann das sein? Ich glaube, das kann so sein Oh mein Gott, oh mein Gott, ich satt von meinem Teammate Wieso werde ich immer überfahren, Alter? Ich habe doch schon gebrochenen Zahn gefühlt Ich habe keinen gebrochenen Zahn Es fühlt sich nur so an Von hier snipen wir bestimmt auch geil Let's go, Dig Ey, das bockt sich so sehr, holy shit Stop, die spawnen von da Von wo, von wo, von wo Oh mein Gott, oh mein Gott Von da hinten Ah Da hinten sind zwei Leute gespawnt Komm, 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 die werde ich mir holen Die schnappe ich mir, die schnappe ich mir Hier geht es noch weiter Oh mein Gott, die werden mich nicht kommen sehen Oh mein Gott, oh mein Gott Uh, let's go, hier ist ein Seil, was? Let's go, Seil bin ich Ich hoffe, man hört das nicht von da hinten Komm, ein Kill, bevor du endest, bitte 6, 5, 4 Oh mein Gott, die Map ist fies Wieso gibt es jetzt hier Verlängerung? Komm, machen wir jetzt ein bisschen Fast and Furious Echsen Fast and Furious Echsen Ich meine Fast and Furious Oh mein Gott, da ist jemand Wait Oh mein Gott Oh mein Gott Hitmarker Ich hasse mein Leben Gab's hier nicht so ein Seil? Wait, oh mein Gott Die capten da safe alle oben Ich geh mal mit dem Seil hier oben Oh mein Gott, schau auf links Wird ich nicht abgeschossen oder so Ich wollte einen auf Hey Bro, du erwartest mich nicht Sein war, der hat mich rumgebracht Der ist go, Digga Kann ich die von hier oben schon weg snipen? Geht das? Also habe ich hier die View dafür Oder finde ich die Mehrere feindliche Ja, hier oben könnte ich die abschnitten Aber wir haben verloren Wieso haben wir jetzt verloren? Ey, ich check das Spiel nicht Auf jeden Fall, Leute Ich würde mal sagen Das ist das Video Lasst gerne ein Abo Oder schaut gerne auf Twitch Ich werde mich jeden Montag Und Donnerstag 16 bis 18 Und wir sehen uns beim nächsten Mal Macht's gut Tschau Vergesst nicht das Video zu liken Und ein Abo da zu lassen Let's go